Deine Waffe kommt morgen auf! Das wird lustig! Das wird verdammt lustig! Okay! Ich lege gleich dir auch alle Waffen! Ne, das geht ja nicht! So in meinen Augen haben wir denen mal einen Schaden gemacht irgendwann, oder? Ja! Ja, ihr macht da zwei Damage, Alter! Ihr fehl... euch fehl... Dann heil ich mich erst mal! Wie geht das auf Deutsch? Hä? Ihr fehl... ich fehl euch, Alter! Was? Ich fehl euch? Ja, weil ihr so wenig Damage macht! Alter, was ist mit ihr? Wer ist mit fehl ich euch als Frage gleich? Nein, das war keine Frage, ich fehl euch! Das war eine Feststellung? Ja! Okay! Ich bestimme Warnhoff, ich fehl euch! Was soll ihr den Heimsten? Na, mein Charakter, der diese Mieze-Kasse da besiegt! Das ist keine Mieze-Kasse, das ist ein Katzenfisch! Verstehst du? Ich finde den jetzt immer noch genial! Auf, die Amerikaner! Das Problem ist, Hoppy macht mir Damage, aber er greift weniger an, weil er eigentlich weiß, wie man richtig juggelt! Ich hoffe, dass hier kein Juggle möglich ist, aber... Ich bleib dabei, dieses Spiel braucht Jiggle für 6! Wie ein Amerikaner, das macht fast, Hoppy! Sie werden groß und wie eine Katze? Ja! Oh mein Gott! Meine Katze! Josch, wieso redest du denn so? Ja, wirklich? Nur was wird deine Stimme reden? Ja, ich bin ja vor, ja! Hey! Ich bin lieber vor uns da! Put the weapon down! Put the weapon down! Put the weapon down! Put the weapon down! Mein Favorit bleibt trotzdem! Put the cookie down! Now! Der ist doch Amerikaner! Der ist Österreicher! Achso, ja, irgendwie... Ich war aber nicht mehr sicher, aber er war doch... Österreich-Amerikaner ist fast dasselbe! Aber er war doch hier in Oberlohn! Das passt gleich groß! Genau! Denn Amerikaner... Nur aus Österreich mehr Einwohner! Eindeutig! Aber Steroide sind ja nicht so! So, und jetzt kommen erstmal ein paar Fanfragen... Dings ins Quiz! Wer kann es richtig beantworten? Erstmal, was ist die Währung in den USA? Phantom-Bob! Mann, du darfst doch nicht Spoiler! Ja! Mit wem hat die USA immer Fettbeef? Mit der U... Mit der UDSSR, genau! Mit wem hat die USA immer Fettbeef? Mit Amerika! Genau! Richtig! Jetzt verratet ihr den Leuten schon die Lösung! Wie sollen sie dann ihren Spaß haben, ohne dass es rausfinden wollen? Ja, ansonsten wäre es ja nicht lustig, wenn ihr nur so eine Farbe fällt! Doch, wir hätten sie im nächsten Video abgelöst! Aber jetzt guckt ja wieso keiner, also müssen wir die Farbe auf der Wand! Äh, wo bin ich? Wo bin ich? Mit dem Arsch von der ganze... Oh, ich bin tot! Was hab ich mit dem... What the fuck? Tschuldi! Kaum bin ich tot, brauche ich wieder! Jetzt musst du dir allein länger kämpfen! Viel Glück! Er ist der schlechteste von Luf3 eigentlich, oder? Ja! Aber ich bin... Haha, wir haben sie mich zwar wegen! Ich bin der Beste und bin der Beste gestorben! Ich bin der Beste! Schauwürdiger! Schauwürdiger! Ey, komm mal her rüber! Wir reden vor der Tür gleich weiter! Ich verstehe nicht! Lass uns das hier austragen! Lass uns das hier austragen! Okay! Drei... Zwei... Ich hol mir einen Gamerhut! Will dir noch jemand einen Gamerhut? Oder einen Gamer-Schalen? Ich hätte gerne einen Gamer gewonnen wollen! Hab ich nicht! Ich hab so zwei Gamerhüte und einen Gamer! Dann nehme ich einen Gamerhut! Mann! Ich rede von deinem Strohhut! Ich stehe nicht so auf einem Piece neben den von Ace! Ja! Stehe nicht so auf einem Piece neben den von Ace! Ja! Ich hätte noch den Schweil von Gatsu im Angebot, falls einer interessert! Das sieht jetzt aus wie der coolste Cowboy der USA! Problem, ich kann mich gar nicht wehren! Könnt ihr euch kaum vorstellen! Äh... USA hat doch keine Cowboys! Die leben doch in Texas! In Texas? Ja, ich kann mich ja nicht wehren! Ist Texas auch in Österreich? Ja! Texas liegt in Österreich! Wo gehst du hin? Du musst dich Haie hauen! Ja! Jacka! Jetzt ist das wieder! Ja! Ne, Mann! Die Cap ist ihm zu groß! Hahaha! Er sieht aus wie so ein Typ, der zu rubearm ist, sich eine gute Cap zu kaufen! Passt doch! Du musst doch deine Skillpoints verteilen! Ich brauch' ich hab' 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 Oh, ich dachte schon nicht, dass... Das ist Geschwindigkeit und Bogenschießen! Bogen schießen? Bogen schießen? Ist okay, die Flasche steht da rechts von dir! Oh, jetzt hab ich noch diese Engel! Endlich! Alter, du musst Ahnung! Sorry! Und! Heilungsmagie für uns! Was trägst du? Ach, ich glaub' den Kampf mit den Katzenfisch konnte man es geben! Nein, konnte man nicht! Wo bin ich? Ich bin wieder nicht da! Nein, du schwimmst da! Oh, guck' mal Goldstrahl ist das denn ja! Ich dachte, du kannst, du probier' noch mal Heilung! Vielleicht wenn ich neben dir stehe! Ja! Wenn ich neben dir stehe, kannst du mich heilen! Ah! Ich hab' das einzige gar kein Boot! Ja, ich hab' das einzige gar kein Boot! Das ist nicht unser Problem! Du kannst uns doch aus der Luft angreifen! Oder nö! Das Pokudier, was gerade vorbeischwimmt! Wow! Aber ich darf mich wenigstens heilen jetzt! Wow! Oh man, fast hätte ich an deine Mutter Witz gebracht! Die Katze wisst mich! Das ist keine Katze! Das ist ein Katzenfisch! Leute! Das war mein Dummerwitz! Da musst du Hoppy nicht mit reinziehen! Was geht denn hier? Wow! Die auch das krass ist süß! Das ist krass! Warum kratzt sie nur? Die kurz keine Bobeln! Die hat... Wie nennt man die? Häknäule? Ja! Ne, äh... Haarknäule? Ich hab' ne Katze und weiß nicht mehr wie man das nennt! Ja, krass! 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 Ja, du rettest doch immer die Obdachlosen Katzen, die von ihren Eltern missbraucht wurden! Mach ja, stimmt! Die unter Drogen stehen immer! Nein, Leute! Ich erinnere mich! Ein bisschen Katzenfisch! Ein bisschen Katzenfisch! Wow! Framework forever und so! Alter! Einfach sicher! Sollen lieb's doch wieder oder hab ich's mir nur eingebildet? Oh man, jetzt hat der mich von meiner Nussschale runtergefischt! Endlich! Schnell! Er ist betäubt, jetzt macht mir richtig Damage! Richtig Damage? Ich komm gar nicht schnell dran! Der Einzige der Damage macht mir nicht! Äh, ich schleugere hier mein Gift auf ihn? Ja, das bringt lange! Hä? Ich hab ihm 13 Schaden gemacht! Oh mein Gott! Oh Gott! 9000! Oh Gott! Alles schon wieder hinter dir! Oh mein Gott! Ich werde sterben! Flieh mein Junge! Wieso blockst du nicht? Ich komm doch! Mach so! Was? Siehst du wie ich blocke? Ey, da kommt endlich viel am Roh! Du bist du wie ich blocke! Und recht bei einem Rhyme rein! Das war auch gar kein Rhyme, oder? Ja blocken! Siehst du wie ich blocke? Guck dir das an, denn ich rocke! Ja genau, was siehst du? Was hab ich gesagt! Du hast nur gesagt, siehst du wie ich blocke oder so! deswegen war gar kein Rhyme drin Du hast nix gesagt, ich bohle zurück, Alter! Schreibst du in die Kommentare! Ich seh mich schon wieder mit! Hattest du dir manchmal in den Kommentaren gekommen? Ja, unter am Sulten Simulator stand endlich mal was besseres als Serious Set, wenn ich dich besuche. Ja, und ich kannte den so weit, der das geschrieben hat. Ich ahne, ich glaub ich weiß wer es war. Ja, wer? Meine Mutter. Äh, Falsch, das war meine Mutter. Alter! Tritt, fuck him! Richtig fest! Richtig hart, himmel, richtig hart! Junge, wieso bist du immer? Such dir ein Gefährt und bleib drauf, verdammt! Du sollst das Seepferdchen nehmen sollen an deiner Stelle. Nein, ich hab schon Silber. Ich schnetzle euch alle niederholen. Ich schnetzle euch alle niederholen. Ich schnetzle euch! Hört auf, mir Hunger zu machen. Ich auch. Wer jetzt, äh, Josch, willst du auch Schnitzel? So schön mit Fettdief? Ich mach da gleich Fettdief, ey. Ja, jetzt ist Hobby verwirrt. Ach, ein kleiner Tipp wie Hobby sich immer aus. Der hält RT gedrückt, um zu sehen, wo das leuchtet. Da ist er dann. Das ist wirklich so. Hat er für eine Ewigkeit gemacht, als er aussah wie alle Gegner. Oh, die Szene kommt für Josch auch noch! Was denn? Dass du aussiehst wie alle anderen Gegner. Ich will noch ein Level aufsteigen. Tschüss! We late! Ah, catch it! Ich weiß schon wieder nicht, wo ich... Du bist links vom... Ach, du schwimmst direkt am Katzenfisch! Mann, deine Playstation-Spielde regen mich auf! Mann, Playstation 1 for King! Oder wie? Wo bin ich? Ich wollte... Ach, da fällt mir nicht. Ich muss noch ein Vergleich in PS4 vs. Xbox One schreiben, weil es alle geteilt haben. Guck mal, da kann ich mir ein Licht auf! Man geht ein Licht aus! Haha! Vor langer Zeit ist der vorgegangen. Es war einmal vor langer Zeit... Es war einmal vor langer Zeit in einer Comedy-Show, die mal lustig war. Du bist sehr hell. Ja. Ne, ja, ging ich. Ja, deine Haut ist sehr hell, das stimmt. Aber auch ein bisschen. Ja, ich bin der Mulatte. Ich bin der Mulatte. Der Mulatte? Heißt du was? Das Mulatte? Ich bin das Kapelatte, Alter. Kapelatte, die Hautfalle musst du nicht erreichen. Kapelatte. Guck mich nicht. Verdammt. Du versteckst dich immer hinterm Tisch. War je aus dem Arsch von der Katze. Das war's. Hast du einen Drogen gefunden? Ja. Ja, dann ist ja gut. Hoppy, kannst du mich mal heilen? Ach so. Gib ihm eine schöne Schelle. Danke, das reicht fürs Erste. Wo bin ich denn schon wieder? Ich mach nur mal einen Jump-Roll. Ja, da konnte ich jetzt keinen Witz drauf machen. Tut mir leid. Mist. Kann ich auch... Oh, ich kann euch alle drei an. Haha, ich mach schon... Euch alle drei? Erzählst du dich selber als zwei Personen? Ich weiß, da sind Stimmen in deinem Kopf, aber die zählen auch nur als eine Person. Warum? Weil sie es mir gesagt haben. Warte, ich muss kurz... Ah, Alter, das fängt neu auf! Ich hab auch gleich. Nein, das du nicht. Das Schiff hat auch gehalten. Vielleicht hast du ja schon aufgefallen, dass die Katze ziemlich große Szene ist. Nee. Eigentlich nicht ganz normal. Ist dir aufgefallen, dass ich grad putzen muss? Äh, nein. Giftgas ist verboten, ja. Ja. Keine Bio-Wahn. Nein. Giftgas, sonst kommen die Amerikaner und Schweinein. Death to America. Das ist eine rote Linie, die du überquerst, ja? Ich bin aber grün. Dann kommt die UN und schickt dir ein Kontroll... Einen Kontrollrad. Ich bin schon blutrot. Ach Junge, lern... Lern spielen. Lern Leben halt auch. Ja, ich hab mich immer mit Ralle verwendet. Hä, ich bin grün und du bist weiß. Ja. Ja, genau. Du hast recht, ich bediene einen Controller. Ja. Bin sinnlos und geknippt. Ich drück nicht sinnlos, ich hab Kombos. Ja, 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 ja. Ich schulde dem Schild an, meine Herren. Kann ja jeder sagen. Okay, wir haben ihn fast gepackt. Einen? Das ist ja echt, der Typ muss sich eh immer anziehen. Äh, wer? Wieso? Alter, das sieht doch unglaublich heiß aus. Daraus stehen die Ladies. Du siehst aus wie MC Fitty. Get up in! We get it! Nein! Wie hat das Dora einmal gesagt? We get it? Ich hab sie gesehen. Ich hab kein... Ich empfang kein Nick. Nick, guckst aber nicht. Heckenbrücke! Hehehehe! Warum haben wir es dafür gemacht? Wir haben ja keine Hände umgebracht. Sind wir sonst keine Spieler. Wo dran nix? Ey, ich glaub besser als Hoffmann. Das ist nicht schwer, besser als der Typ zu sein. Äh, ich war hier der Heiler, ja. Das kostet mir sehr viel. Ich bin schon wieder Level abgewiesen. Heiler, die Farbe sind bereutig. Meine Farbe ist sexy. Ey, warum kann ich nicht skillen? Weil du blöd bist. Weil du kein Level abgeschafft hast. Du bist voll müde. Du bist voll müde. Ich bin ziemlich machvoll müde. Wer drückt A? Die Vegetarier sind so konservativ, ja. Das geht gar nicht. Also, jetzt erklär ich euch mal, wie das VW ist. Äh, wieso hat keiner von euch A gedrückt? Das will ich nicht, wer alle können A drücken. Und jetzt verbrände ich mich nicht. Ich gehe in Flammen, bin auch kein Wunsch. Ich gehe in Flammen. Ein geil, guck mal. Entweder brenne ich in aller Heile. Du brennst schneller. Nee. Gut, dann komm jetzt. Oder muss ich dir... Warte, warte, was kann ich eigentlich Neues? Äh, A und Y. Boah, immer das schön. Ja. Aber ich habe jetzt vier Punkte, ne? Schön. Ich mache mir damage. Oh, ich finde das so knuffig. Ich finde ich so extrem knuffig, den da hinten. Oh. Ich finde den so knuffig. Halt mal. Oder geht nur mir, dann ist so da. Sie wäre eine der. Die sind so süß. So scheiße wie... Ach man, nicht. Ihr habt einfach kein Taktgefühl. Sag mir mal. Sagt denn, du, ja. Taktgefühl ist auch was ganz anderes. Ist mir egal, ich bin Ausländer. Oh, nicht schon will. Oh, neues Bild. Josh, was hättest du von dem? Das ist ne Großausnahme. Ja, von dem hast du. Ja, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich auch was. Was, du hast große Haare und Blut? Ja, eine von meinen neuen Menschen. Und weinst Blut? Ich weine mein Blut. Ich weine mein Blut. Die weint aber Blut. Das ist nicht mein Blut. Aus deinen Augen, komm. Nicht deinem Blut. Genau. Ja, ich hab... Du sollst mal zum Arzt gehen. Ich hab doch einen neuen Menschen hier mir, ja? Obwohl die unbedingt weint sein. Scheiß kann die Ball. Oh, was zum Buddeln. Findest du eigentlich Hobbys Bild rechts oben auch so unglobbig, lustig? Ich bin auch nicht gescheuert oder auch nicht gescheuert? Ein bisschen von A und ein bisschen von B. Ich nehm C.